Mit dem neuen Wettbewerb Digital Skills Lernen in regionalen Netzwerken möchten Körberstiftung und Stifterverband weiterhin den Netzwerkgedanken stärken. Und zwar in diesem Fall mit dem Fokus auf der Vermittlung digitaler Kompetenzen. Also suchen wir innovative regionale Konzepte, nicht einzelne Projekte, sondern wirklich Kooperationen, Netzwerkstrukturen, die digitale Kompetenzen weiter treiben wollen. Bis zu acht Regionen bundesweit werden ausgezeichnet und erhalten erstmal eine Fördersumme von 25.000 Euro. Darüber hinaus gibt es aber, wie auch schon in unserer letzten Runde, eine intensive Begleitung. Das heißt, es wird Netzwerktreffen geben, wahrscheinlich wieder Webinarangebote, Coaching, diverse andere Formate der Begleitung. Die Ausschreibung startet jetzt parallel zum Barcamp. Das haben wir uns extra vorgenommen, dass wir zum Barcamp damit rausgehen können. Und die Ausschreibungsrunde läuft bis 31. Januar 2019. So lange kann man sich bewerben.